Wenn du häufig unstrukturiert, unorganisiert, chaotisch und planlos Gitarre übst. Du vielleicht Probleme damit hast, überhaupt regelmäßig zu üben. Wenn du übst, übst und nochmal übst, aber keine Fortschritte zu entdecken sind. Oder wenn du dir so viele unterschiedliche Stücke und Lieder und technische Herausforderungen an Land gezogen hast, dass du schon gar nicht mehr weißt, wo du überhaupt beginnen sollst, was du als nächstes machen sollst oder wie es überhaupt weitergehen soll, dann hast du jetzt einzig und allein eine Entscheidung zu treffen, nämlich diese. Liest du lieber oder schaust du lieber Videos? Schaust du lieber Videos, dann geh auf YouTube, suche Nihogi und effizientes Üben. Und wenn du lieber liest, dann gehst du auf nihogi.at slash blog, suchst den Beitrag zu effizientes Üben und hältst dich daran. Ich freue mich auf dich.